Philosophische und künstlerische Fragen zum Thema Vogelflug sowie wissenschaftliche Forschung zum Thema kollektive Intelligenz haben in den letzten zwei Jahren WissenschaftlerInnen und MusikerInnen zusammengebracht, um eine gemeinsame Sprache zu finden. Wir haben inspiriert durch die Kompositionen, die ja eben Schwarmintelligenz zum Thema haben, eine Schwarmsimulation, eine computergestützte Simulation entwickelt, wo sich die Verhaltensparameter der Schwärme durch musikalische Parameter beeinflussen, verändern lassen und auf die Art und Weise stellen wir den Künstlern ein Instrument zur Verfügung, ein visuelles Instrument, das einerseits als Inspiration dienen kann, für neue oder gedient hat, für neue Kompositionen und gleichermaßen eingebunden werden kann als visuelles Instrument in solche Kompositionen, um eben ein Gesamtkunstwerk aus Video und Musik zu erschaffen. Wie kann man den Klang und die musikalische Struktur von Musik sichtbar machen? Findet es heraus im November in der Erwitja Aachen und der HFMT Köln. Wir freuen uns auf euch.